David, ganz kurz, was war los heute mit euch? Ja, ist alles meine Schuld eigentlich. Ich habe Mama noch angerufen und gesagt, Mama, kochst mir noch was Gutes? Vorm Spiel, ja, machen wir einen Schweinsbraten. Okay, hat gesagt, David, kein Problem. Und dann bin ich bei ihr und sage, wie schaut es aus mit dem Grad? Nein, ich habe nur mehr Blaugraut gehabt, sage ich, Spitz, das vertrag ich ja nicht. Da kriege ich Bauchstiche und Scheißerei, die ganze Zeit, das war's, ey. Dann bin ich zu den Hofer gefahren und gesagt, ich habe zu Sauerkraut, nein. Dann kriegen wir erst nächste Woche wieder, ja, und beim Pilat ist es selbe. Hm, g'schissdepperts. Hm. Sag ich, Mama, was machen wir? Ja, jetzt sagt, das ist biologisch. Hm. Sag ich, ja, okay. Äh, David, das heißt, bei dir ist es gescheit umgegangen. Aber wenn du eh weißt, dass du es nicht vertragst, warum ist es denn dann überhaupt? Bist du schon ein gescheiter Suim, hey. Hm, ja, ich weiß es auch nicht genau. Hm. Ich habe mir gedacht, ja, vielleicht ist es nicht zu deppert, dann lasse ich ein paar Scherz und vielleicht kommen die Deutschen aus dem Konzept. Die haben auch. Hm. Brotwurst mit Grau gegessen. Hm. Dreimal war ich garten. Und gar nicht gescheiter worden, oder? Äh, keine Ahnung, der hat zu trissen, aber mir hat sie heute nichts gebracht. Ich habe den Müller noch gescheit, aber den hat er sogar getaugt. Das ist zusammenschmeck ja kein. Oh, jetzt wäre ich am Schirm und dann fahre ich an. Mal первin kommen. Okay.